Können wir diesen Kurs in Wundern alleine lernen? Wenn du die Lektion 1 nochmal anschaust, dann nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Nichts, was ich in dieser Welt sehe, bedeutet irgendetwas. Nichts bedeutet irgendetwas. Kannst du das alleine lernen? Nein. Es ist immer das kleine Selbst, das dann dies lernen will. Aber das kleine Selbst kann sich nur in seinem eigenen Bezugsrahmen bewegen. Es kann nicht über den Bezugsrahmen hinaus, denn das würde bedeuten, dass es seine eigene Existenz aufgibt. Und wenn wir das nicht alleine lernen können, dann brauchen wir tatsächlich Hilfe. Und das war für mich im Erfahren und im Lernen des Kurses im Wundern und ist es nach wie vor der entscheidende Faktor. Ich brauche Hilfe hierbei und für mich ist die Hilfe der Heilige Geist. Und wenn ich diese Hilfe nicht annehme, beziehungsweise wenn ich immer noch glaube, ich kann diesen Kurs in Wundern alleine lernen, dann täusche ich mich. Und dann bleibe ich lange, lange Zeit auf einer Stelle stehen und wundere mich, warum es nicht vorangeht. Und ich wundere mich im Nachhinein, dass ich Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, dass ich Hilfe brauche. Daran kann man sehen, wie dicht wir sind. Also ich war total dicht und dachte noch, naja, jetzt lerne ich was und ich verstehe etwas und ich kapiere etwas. Aber ich habe lange Jahre nicht gesehen, wie dicht ich bin mit meinen eigenen Ideen von meiner geistigen Herkunft oder was Spiritualität bedeutet. Und dieses Hilfe annehmen, hey, ich kann das hier nicht alleine lernen, denn ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was meine Gedanken bedeuten. Ich habe keine Ahnung, was diese Lektion Nummer 1 bedeutet. Und das müssen wir einsehen. Und dann kann ein Lernen stattfinden. Das ist so, wie ein Schüler in die erste Klasse kommt und der weiß wenigstens, hey, in der Regel wissen wir es, da gibt es noch etwas zu lernen. Und dann sind wir begierig darauf, jeden Tag etwas Neues zu erfahren. Ah ja, wow, eins und eins gibt zwei. Ich dachte immer, es gibt drei. Und solange ich auf einer falschen Idee mein Leben aufbaue, muss ich das ganze Leben falsch betrachten. Und so müssen wir das verstehen. Und diese Hilfe durch den Kurs in Wundern, die wird uns gegeben, denn es ist eine systematische Schulung. Und jede Lektion baut auf die andere Lektion auf. Und heute sind wir bei der Lektion 169. Durch Gnade lebe ich, durch Gnade werde ich befreit. Und vielleicht denkst du jetzt, na ja, das hätten wir ja auch können, gleich als Lektion Nummer 1 nehmen. Ist aber nicht so. Heute, wenn wir heute diese Lektion beginnen zu lernen, dann geht das viel, viel tiefer als vor 169 Tagen. Und ich bin heute bereit, diese Lektion auf einer tieferen Ebene zu verstehen, wie noch vor einem Jahr oder wie vor 20 Jahren. Denn so lange bin ich schon an diesem Kurs in Wundern dran. Ich wundere mich, dass dies so ist, denn in der Regel ist dies das Beständigste, was ich tue. In allem anderen, auf der weltlichen Ebene, bin ich nicht so beständig. Obwohl sich das jetzt auch verändert. Aber früher war ich sehr sprunghaft in verschiedenen Dingen. Wenn mich etwas gelangweilt hat oder wenn ich etwas lange getan habe, hat es mich gelangweilt. Ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, wissbegieriger Mensch. Ich möchte den Dingen wirklich auf den Grund gehen und in diesem Kurs in Wundern scheint es kein Ende zu geben, sondern ich bin immer wieder am Anfang. So wie du. Und wenn wir der Kleinheit erlauben, wenn wir dem Ich-Klein erlauben, diesen Kurs in Wundern lernen zu wollen, dann halten wir uns in unserem eigenen Bezugsrahmen auf, der natürlich aufgelöst werden will. Und das macht eben der Heilige Geist, dein hohes geistiges Selbst. Er bringt dich deinem Spirit, deiner wahren Quelle näher. Denn er ist dein Lehrer. Ah ja, okay. Da ist ein Lehrer. Jesus hatte auch diesen Lehrer. Und auch er musste durch diese Dinge hindurchgehen, durch die du hindurchgehst. Und sein Lernen ist heute dein Verstehen. Alles, was wir lernen, ist für die ganze Welt. Es ist nicht nur für dich alleine. Das Ich-Lein, das Ego sagt uns, naja, jetzt habe ich kapiert, dass 1 und 1 2 ist. Ah wow, ich weiß etwas Besonderes, das kann ich in dieser Welt nutzen. Und dann kommt noch dieses und jenes Lernen hinzu, und dann werde ich ein Wissender. Ich werde ein Philosoph, ich werde ein Prediger oder sonst etwas. oder ich werde ein Quantenphysiker oder eben habe die Einbildung, dass ich gar nichts werden will. Das spielt keine Rolle. Aber das, was wir hier im Kurs lernen, das steht für die ganze Welt zur Verfügung. Wie gesagt, so hat es Jesus für uns getan. Er hat den Heiligen Geist als Lehrer gehabt, die irdischen Lehrer, von denen konnte er nichts mehr lernen, von den Predigern konnte er nichts mehr lernen, von den Kirchen und von den Tempelfätern konnte er nichts mehr lernen. Und er ging einfach diesen Schritt weiter. Die Welt hatte ihm nichts mehr zu bieten. Und an welchem Punkt bist du jetzt? Der Kurs im Wundern ist diesbezüglich einzigartig. Du kannst dir wirklich vorstellen, hey, hier ist etwas, was nicht von einem denkenden Geist geschrieben wurde, der in seinem eigenen Bezugsrahmen festhängt. Hier wird mir etwas angeboten, was außerhalb meines Bezugsrahmens zu mir kommt. Und deshalb scheint es manchmal so schwer zu sein oder scheint es manchmal so undurchsichtig zu sein. Und dennoch hat es seine Wirkung. Jede Lektion, die du bereit bist zu tun, hat seine Wirkung. Und wir brauchen die angebotenen Lektionen nicht einmal zu glauben. Ein Kurs wird uns sogar gesagt in der Einführung, wir werden vielleicht sogar aktiv Widerstand leisten. Und dennoch, durch die Anwendung wirkt es in deinem Unterbewusstsein. Und irgendwann wirst du bemerken, hey, tatsächlich, ich sehe die Welt plötzlich ganz anders. Ich kann die Welt mit ganz anderen, vergebenden Augen sehen, ohne dass ich mich diesbezüglich bemühen muss. Ich bin nicht mehr geneigt, über jeden und alles zu urteilen, weil ich ein tieferes Verständnis habe, was ich bin. Und was bist du? Die einfachste Antwort ist, du bist Christus. Aber wir machen ein riesen, du bist deine Buddha-Natur, aber wir machen ein Riesending daraus. Das ist kompliziert, das müssen wir erst verstehen, und all diese Dinge. Aber diese ganz einfache Aussage, ich bin Christus, Christus genügt. Ich bin großgeschrieben. Ich bin großgeschrieben vibriert durch die ganze Welt. Ich bin Christus ist die einfachste Aussage dessen, was du bist. Und der urteilende Geist muss dies analysieren, in seinem konkreten Denken. Was ist das? Was bedeutet das? Was steht diesbezüglich in der Bibel? Was könnte man noch aus anderen Lehren daraus lernen? Hey, stopp, ganz einfach. Ich bin Christus. Mehr brauche ich heute nicht zu wissen. Und diese Gnade ist mir vom Gott gegeben. Und das ist nach wie vor für mich aufbewahrt. Und ich muss aus meinem Tiefschlaf aufwachen, um diese einfache Tatsache anzunehmen. Das Wasser würde von sich niemals behaupten, dass es was anderes ist. Es ist Wasser. Und wie kannst du den Christus sehen in deinem Geist? Indem du es bist. Ja, denn solange wir glauben, hey, ich bin ein Körper, ich bin ein Mensch, werde ich lauter Körper und Menschen sehen und Formen und Bäume und Flüsse und Vögel und Tiere und all diese Dinge. Und ich werde mich auf die Form beziehen, die Trennung ist, und werde mich als getrennt erfahren. Ich bin ein Körper und sehe lauter Körperformen mit Körpergedanken, die getrennt von mir sind. Ganz einfach. Ganz simpel. Und das ist natürlich Tiefschlaf. Zu glauben, ich bin ein Körper, ist Tiefschlaf. Und mich wieder erinnern zu wollen, ich bin Christus, eins in Gott. Das sind Gedanken, die mich erwecken, die mich sanft aus meinem Schlaf herausführen. Und die mir aufzeigen, dass mir die Gnade Gottes jetzt gegeben. Diese Gnade Gottes ist mir jetzt gegeben. Das ist so simpel und so einfach. Aber wenn ich mir jeden Tag erzähle, ich bin ein Ichlein mit diesen Fehlern, natürlich hat das Ichlein ständige Fehler, ich bin ein Körper mit diesem Mangel, natürlich hat jeder Körper irgendeinen Mangel, dann bin ich so sehr in meiner Matrix der Hoffnungslosigkeit verloren, dass ich natürlich Hilfe benötige. Und diese Hilfe wurde uns gereicht durch den Kurs in Wundern. Und der Kurs in Wundern bezieht sich tatsächlich nicht auf die Bibel, denn Jesus hat erkannt, dass ihm diese Kirchenväter, diese Tempelanbeter, dass ihm die nichts mehr bringen. Er ist einen Schritt weiter gegangen, deshalb wurde er ja ans Kreuz genagelt. Und diejenigen, die ihn heute noch anbeten, erkennen nicht seine grundsätzliche Lehre, dass du bist, dass Jesus in dir ist, in deinem Geist. Also brauchen wir niemanden mehr anbeten, sondern anerkennen, dass wir es sind. Wenn der Sonnenstrahl die Sonne anbetet, dann ist die Sonne etwas außerhalb von ihm. Der Sonnenstrahl muss einfach nur bemerken, hey, die Quelle ist die Sonne. Nichts anderes und nichts mehr brauchen wir anzuerkennen. Und dann werden wir uns als Geist im Geist Gottes wieder begreifen. Gott ist in mir. Und dann werde ich ihn sehen und dann wird dieser Geist immer mehr und mehr zu leuchten beginnen. Und er will nicht mehr auf die Dunkelheit schauen. Nur ein Geist, der Differenzen sehen will, der Dunkelheit sehen will, der Krieg, Schmerz und Tod und Leid sehen will. Nur dieser Geist wird es sehen. Ist doch ganz klar. Ich kann es immer weniger sehen. Erstaunlicherweise. Wunderlicherweise. Das ist ein Wunder tatsächlich. Dort, wo andere noch Konflikt sehen und Probleme und Zeit und was in der Zukunft geschehen kann, da kann ich nichts mehr sehen. Denn ich genieße es in der Gegenwart sein im Geiste Gottes. Und ich empfange seine Gnade, die er mir und dir gibt. Und mein Lernen ist dein Lernen. Und dein Lernen ist für die ganze Welt. Und deshalb zusammen Lernen und Heilen. Zusammen heilen und leuchten. Wir können uns nicht mehr als Ego in einem Körper verstecken mit einem besonderen Wissen. Teile das Lernen, das du heute erfährst. Die Gnade Gottes ist dir heute gegeben. Was passiert, wenn du jemanden im Schmerzen, im Leiden und in seinen eigenen Sorgen siehst? Hey, die Gnade Gottes ist dir gegeben. Und das ist doch eine neue Antwort. Und dann werde ich auch erfahren, dass die Gnade Gottes mir gegeben ist. Jedoch, wenn ich den Schmerz des Anderen wahrmache, muss er auch noch in mir sein. Wenn ich die Sorgen um meiner Tochter wahrmache, müssen die Sorgen ja noch in mir sein. Ich kann nur eine sorgenvolle Welt sehen, solange die Sorgen noch in mir sind. Ich kann nur Schmerzen in der Welt sehen und erfahren, solange dies noch in mir ist. Und den Tod und die Krankheit genauso. Ich kann nur Krankheit sehen, solange es noch in meinem Geist ist. Und all dies wird durchlichtet, transzendiert, transfiguriert, indem wir heute annehmen, was wir sind. Durch Gnade lebe ich, durch Gnade werde ich befreit. Wir könnten auch genauso sagen, durch Liebe lebe ich, durch Liebe werde ich befreit, durch Licht lebe ich, durch Licht werde ich befreit. Wir können uns nicht selbst befreien. Aber durch die Gnade Gottes werden wir Befreiung erfahren. Und dies ist es, was es heute anzunehmen gilt. Und dies ist es, was es heute zu erfahren und zu geben gilt. Denn das, was ich gebe, werde ich empfangen. Und zu jedem Problem, das ich heute, zu dem ich heute geführt werde, im Heilsplan des Himmels, kann ich einfach folgendermaßen antworten. Hey, durch Gnade lebe ich und durch Gnade werde ich von dieser Situation befreit. Und geheilt. Und nicht, indem ich mir wieder dieselbe Geschichte erzähle, wie ich sie zum Beispiel auch, ja, viele Jahre gemacht habe, fast mein ganzes Leben gemacht habe, indem ich mir immer wieder gesagt habe, oh, dieses Problem, das wird ewig bei mir bleiben, mit dem gehe ich sogar noch ins Grab und so weiter. Solche Geschichten habe ich mir erzählt und heute gebe ich auf diese Dinge, die in mein Leben kommen. Und sie kommen nur deshalb in mein Leben, weil sie geheilt werden wollen, denn nur deshalb bin ich hier, um Heilung zu erfahren. Ich gebe einfach diese Antwort, diese Lektion, die mir heute angeboten wird. Gibt der Welt eine andere Antwort durch die Lektionen, durch die täglichen Lektionen. Und dann wirst du das, dann werden wir verstehen, wie dieser Kurs in Wundern wirklich funktioniert. Wir können ihn analysieren, wir können jedes Wort gegeneinander abwägen, wir können zu Kurswissenden werden, aber das Geheimnis ist, den Kurs zu praktizieren. Und dann wirst du sehen, wie er wirklich auf auf so wunderbare, sanfte Art und Weise funktioniert, dass ich diesbezüglich gar keine Worte habe. Es ist brillant, um es, um ein Wort zu geben. Übe dich heute in dieser Brillanz, in deinem Strahlen, in deinem Licht. Und du wirst es empfangen. Was du lehrst, willst du erfahren. Hörst du das? Was du lehrst, willst du erfahren. Und deshalb noch eine weitere Frage. Was möchtest du heute erfahren?